Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin die Susan Hidt, Love- und Live-Beraterin und glücklich machen. Ja und heute möchte ich etwas sagen zu dem sich selbst lieben lernen. Wie lerne ich mich selbst lieben? Denn nur wenn ich mich selbst liebe, kann mich auch jemand anders lieben. Hört sich irgendwie so einfach an, scheint aber für viele Menschen ein echtes Problem zu sein. Es hat damit zu tun, zum Beispiel sich so zu akzeptieren, wie man ist. Ohne wenn und aber. Weil ihr habt a den Körper, den ihr jetzt habt, b so wie ihr seid, seid ihr eben. Also akzeptiert es. Wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr es ändern, aber akzeptiert immer den Moment. Das heißt, lernt euch so zu lieben, wie ihr seid. Ohne wenn und aber, ohne Kritik und auch nicht aufs Schielen, ob Übergewicht, ob nicht intelligent genug, ob dieses oder jenes. Ihr seid, wie ihr seid. Liebt euch so, wie ihr seid. Lernt euch so zu lieben und genießt es. Und dann könnt ihr Stück für Stück etwas ändern, wenn ihr mögt. Das ist die Grundsache von sich selbst lieben, sich selbst lieben lernen. In diesem Sinne viel Erfolg. Tschüss. 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 Tschüss.